Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Im Winter treiben wir natürlich auch Sport. Wir treiben im Winter Wintersport. Was machen wir denn? Wir fahren Ski. Wir fahren Alpinski. Fahren sie Ski? Fahren sie Alpinski? Oder die älteren Menschen machen Langlauf? Machen sie auch Langlauf? Nummer drei. Die jüngeren Leute, die fahren Snowboard. Wir sehen auf der rechten Seite einen Jugendlichen, der Snowboard fährt. Nummer vier. Rodeln ist eine starke Disziplin der Deutschen. Im Moment jedenfalls. 2012. Rodeln sie auch oder fahren sie Schlitten? Kinder fahren Schlitten. In der Mitte sehen wir den Rodler. Nummer fünf. Die Kinder fahren Schlitten. Und Nummer sechs. Auf einem zugefrorenen See fahren die Leute Schlittschuh. oder sie spielen auch Eishockey. Die jungen Männer vor allen Dingen. Fahren sie den Schlittschuh oder spielen sie vielleicht Eishockey. Bis zur nächsten Seite. Tschüss.